Sven Das ist die erste Einzelausstellung, aufgewachsen in Hamburg, zwischenzeitlich in Norwegen gewesen und der Liebe wegen wieder nach Hamburg gekommen. Fotografie hat mich eigentlich schon immer interessiert. Die Galerie, unter anderem gesagt, oben wäre ja schon mal Platz, da könnte ich schon ein paar Bilder positionieren. In unserer Galerie haben wir vierteljährlich wechselnde Ausstellungen. Das ist jetzt die erste Ausstellung wieder nach Corona. Also wir haben zwei Jahre pausiert und deshalb freuen wir uns auch riesig.